Och wie süß. Das ist ja nichts im Gegensatz zum letzten Part. Perfekt anzutun, ne? Einfach im letzten Part vergewaltigt und hier... Minigolf ist... Ja, hast recht davon. Minigolf ist echt, ey. Das kostet sogar nichts. Das gefällt mir. Genau. Minigolf umsonst. Da kann ich starten. Ja, mach doch. Also, ich hab nur auf dich gewartet, ne? Ach, Bester 2. Läufen gar richtig bei mir. Boah, Bester 2. Das kann heute knapp werden, ne? Ja, heute kann es knapp werden. Wir haben heute wieder 10 Strecken gemacht. Höchste Anzahl 10. Schläge pro Strecke und kurze Strecken haben wir gewählt. Bestes Resultat. Ja. Zwei Schläge. Oh Gott. Ey, der hat ein Gesicht. Der hat ein Gesicht. Wie hätte das denn mit zwei Schlägen gemacht? Wir werden noch voll abgebremst. Ja, werden wir. Schlag mich. Hallo, Mora. Ich würde dich am liebsten wegschlagen, ne? Aber das würde mir voll wenig bringen. Ha! Uch. Ich hab einfach voll reingehauen. Oh Mann. Gerade. Ach, da ist ein Fisch. Ach, da ist ein Fisch. Fisch. Missbrauchen. Nein. Das war die falsche Definition von Missbrauchen. Was ich selber missbrauche. Nein! Hau auf! Schafft. Du darfst nicht aufholen. Wir haben mich schon wieder in die Strecke versaut, ne? Nein. Oh Gott, Blick ab. Ich kann noch aufholen. Was? Nein. Lass das sein! Ja. Arsch. Ja. Der meint, der schlägt aber nicht. Nicht Sinn. Lass uns keinen Treffer machen. Samal. Sauber. Gleichstand. Och Gott. Zocky gewinnt. Zocky gewinnt. Nein, Zocky soll nicht gewinnen. Du wirst nur zwei Schläge. Ein. Mann, ich hab voll die Scheiße gebaut. Nein. Aha, nicht geschafft. Ich sogar elf Punkte. Nettigkeit. Das sind die Dinger, die aufhalten, ne? Mhm. Noch ein Campoline, oder? Vorhier mal. Ne, ich trau mich nicht. Wieso muss ich wieder das Kaninchen spielen? Du musst immer das Kaninchen spielen. Ja, die halten auf. Siehst du? Gehst du jetzt auch in die Scheiße? Ich bin auch reingegangen. Ja. Ja. Wehe. Das ist super lockend. Das wirst du bereuen. Ich hab's gelassen. Guck. King an der Rente fest ist das Problem. Mann! Aufhol, Zocky gewinnt, Zocky gewinnt, ne? Überlau-Folus zwei. Ja, nur noch. Zwei Schläge. All die Strecken sind angenehmer als letzten. Ja, die gefallen mir auch. Die sind angeneh... Das war sogar auf dem Original-Minigolf-Platz. Ja, das war richtig geil auf dem Original-Minigolf-Platz, ne? Ja, so. Das sind ja, was ich heutzutage immer sehe, ähm, die sind ja immer so, die sind ja alle gleich einfach nur, die wiederholen sich. Aber sowas sieht man einfach nicht, ne? Sowas, wo du einfach mal außen rumschlagen musst. Ja, die war Schmock halt, ne? Mhm. Schappi, der... Oder Tilconi, oder wer das gemacht hat? Der hat Ahnung. Nein! Nein! Wen? Wag es dich. Wag es dich. Wir sind so vor der Versuchung drauf, ne? Wag es dich. Bitte, Schappi, sei bei... Nein! Sie ist voll vorbei! Ich hab's gehabt. So. Mann. Aufholen. Los. Häuf hat's. Oh Gott, komm. Wo bin ich denn? Wie hat er denn zwei Schläge gemacht? Hey, wir hocken mal nicht aufeinander. Ja, ist echt so, ey. Wir treffen gleich wieder aufeinander. Aber ich glaub, das letzte Stück ist einfach. Ja. Hey, unentschieden. Boah, das kenn ich sogar. Ja, so halbwegs, ne? Nur halt mit dem Weg. Keine Mauern, sondern Bierdosen. Bierfässer. Nein! Nein! Was bist du denn für ein Arschloch? Du nimmst mich... Du schubst mich... Nein! Du schubst mich und beleidigst mich als Arschloch. Genau. Wag es dich. Du wirst nie wieder einen einstelligen Job bekommen, ne? Ja! Was ist denn Job? Ich habe es in zwei Wochen Abschluss. Ja, guck. Und danach wirst du nie einen Job bekommen. Und wenn ich auch Schule weitermache. Ha! Ist mir auch egal. Was ist das denn für ne... Hey, was ist denn das denn für ne Strecke sein? Einfach zwei Wände. Oh, der Typ heißt Leonardo. Es ist... Just two Wands. Einfach nur der Name. Alter. Nein! Lass es sein! Du bist ja im Weg. Du schubst mich mal bitte. Du schubst mir nur ins Ziel rein. Okay. Oh, schade. Nein, ich habe wieder rechtsklick gedrückt. Ach, komm schon. Aber guck mal, ich habe eine Strecke versaut und ich fühle mich. Was? Was? Ach, das sind Eisfelder. Nein! Ach so. Oh ja, du bist mir auch voll im Weg, ne? Ja. Ja, toll. Ja, toll! Ja, toll! What the fuck? Liegt er mich sogar noch da rein? Kann ich doch gleich? Willst du mich verarschen? Kann ich dir doch gleich die Krone geben? Socki gewinnt. Hey! Hey! Guck mal, da ist das Loch. Da darfst du aber nicht rein. Das geht in die Regel. Ich muss wieder zurück zum Anfang. Okay. Oh, komm schon. Wie soll ich denn aufholen? Oh Gott. Hör, ich kenne die Strecke nur andersrum. Hallo. Ich bin ein bisschen im Weg. Ja, ich weiß. Nein, du haust mich jetzt auch noch in die Ecke rein. Ist es denn? Bitte. Nein. Oh Gott, du hast die perfekte Position, ne? Ja. Nein! Boah! Nein! Du bist sowieso wieder im Einschlag hin. Wahrscheinlich kommst du jetzt da durch und ins Ziel. Nein! Wenn du jetzt reinmachst, muss ich reinmachen, sonst hast du gewonnen. Stimmt, das ist schon letzte Runde. Nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Nein! Oh, nein. Ja. Ich will auf jeden Fall noch eine Revanche dafür. Das heißt, im nächsten Part. Acht Minuten, aber ist egal, hau ich so hoch. Ich will auf jeden Fall eine Revanche. Mann! Das ist gemein. Wenn wir gleich noch eine Runde dranhängen. Ja. Wenn du so kurz bist. Ja, nee, ich lasse das jetzt so als kurz ein Part hoch. Okay.